Moin Leute, herzlich willkommen zurück in der barbarischen Welt von Minecraft Freedom. Das Tribunal von Freedom hat gesprochen mit über 90% bzw. ca. 90% eher gesagt. 89, 90, das war so das Ding, haben entschieden, Kate muss sterben. Und erstmal, hallo Manu, hey! Ob ich nicht. Manu, das Freedom Tribunal hat gesprochen und vor allen Dingen, du sagst, tu es nicht. Du hast hier schon so eine Rampe gebaut, wo wir Kate... Ich hab gesagt, wo bin ich? Ach, wo bin ich? Ich tu es nicht. Ach so. Ich hab, Alter, die... Nein, 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 Manu! Die haben ja gesagt, ich mach das! Nein, 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 warte, 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 Manu. Warte, warte, warte. Ich denke, wir können dem Minecraft Tribunal auch noch eine weitere Sache zukommen lassen. Und zwar können die Zuschauer entscheiden, wie Kate sterben soll. Ihr könnt jetzt unten in die Kommentare Vorschläge schreiben, wie sie denn sterben soll. Und ich werde dann in der nächsten Folge die besten Vorschläge raussuchen und dann nochmal zum Voting bringen. Wir werden jetzt, Kate, als Gefangene, werden wir sie wieder zurück in unsere Stadt bringen. Dann bauen wir ihr dort ein kleines Gefängnis. Denn das fehlt auch unserer Stadt noch so ein bisschen. Kleine Gefangene, wo sollen wir mit denen hin? Zumal muss ich meine eigene Frau... In den Müll! Muss ich meine eigene Frau mal wieder aus ihrem Gefängnis befreien. Das ist auch so ein bisschen... Ich hab sie da ja so ein bisschen sicherheitstechnisch eingesperrt, weil, wie wir alle wissen, ist... Ach, der Daywalker ist wieder da. Oh, lol. Okay. Gib ihm, Manu. Gib ihm mit Bananen. Vorsicht. Ich, 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 ich nur so von der Seite drauf. Okay. Okay. Kate fragt nochmal ganz kurz, wie es uns geht. Alles easy. Das ist ja nett. Soll ich vielleicht doch nicht töten. Oh Gott. Oh, der Day... Alter, ich hätte fast Kate eine mitgegeben. Ja, verdient. Ja, auf jeden Fall. Also, was sie alles hier teilweise getan hat, das ist wirklich unmenschlich und schlimmer als so ein Daywalker. Oh. Wo ist Kate? Oh. Ada. Oh Gott. Ich dachte auch, sie wäre geflüchtet. So, wir müssen jetzt erstmal wieder unsere Chocoboos finden. Geflüchtet? Ich dachte, die wäre tot. Okay. Ja, okay. Wenn du sie nur einmal... Übrigens, Manu, du hast Banani mitgenommen, ne? Ja. Du kleiner Bananidieb. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir unsere Chocoboos wiederfinden. Übrigens, ich kann jetzt auch mein Baby. German Let's Ploy. Oder Ploy. Ah, ich kann mal so machen. Ja, aber das sollten wir nicht hier tun, weil sonst gibt es da so einige Probleme. Und du hast schon wieder deinen Chicken dabei, ne? Natürlich. Dass du so wie sie flink bist. Das ist... Oh, da ist wieder... Der hat aber auch einen gefährlichen Schnurrbart, der Typ. Hä? Das sind Zwillinge. Und der eine läuft weg. Der hat doch irgendwas ausgefressen. Aber das ist nicht unsere Sache. Er rennt echt weg. What the fuck? Ja, ja. Das ist ein bisschen... Bisschen skandalös. So, warte mal. Ich weiß eigentlich gerade gar nicht, wo ich längs muss. Und das werde ich die nächsten Tage auf jeden Fall mal tun. Und zwar eine Map installieren. Das hattet ihr ja auch mal vorgeschlagen. Ah, hier ist auf jeden Fall richtig... Hier ist wieder Tamara. Hallo. Bist du Hilfe? Ja, Manuel! Ich hab dich verloren. Hier. 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 Manu, umdrehen. Hier. Ach, da. Komm mit. Ah, Tamara. Du bist echt eine smarte Maid, ne? Du in deinem kleinen Kleidchen. Oh, geil, Alter. Aber von hier hab ich schon einen Korb kassiert. Die kann mich mal... Ach so. Der Tunnel. Genau, der Tunnel. Dann ist hier vorne... Ich glaub, hier vorne war das zerstörte Haus. Oder war das... Choco, wo seid ihr? Ja, ohne Witz. Wo sind die Choco... Ah, die hatten wir ein bisschen... Die hatten wir noch vor Professor Ente, glaube ich. Irgendwie weggepackt. Ich hoffe mal nicht, dass sie jetzt irgendwie... Mega weit weggelaufen sind. Das wär schlimm. So ist Kate... Äh, Yellow. Oh, Kate, ey. Du tust mir ja schon fast ein bisschen leid, muss ich sagen. Mir nicht. Bitte? Äh, nichts. Ich hab sie nicht geschlagen. Hat sie ein HP verloren? Nö. Doch hat sie. Aber sie... Wir dürfen aber Kriegsgefangene dürfen wir nicht misshandeln. Na komm, zwischendurch mal verprügeln. Und da ist Manuel L. Jackson. Ne, 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 sonst kommen wir vor's Kriegsgericht. Das wollen wir natürlich nicht. So, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass sie auch auf jeden Fall mitkommt. Ach, das geht. Sie ist ein bisschen dumm, weil sie versteht das nicht ganz. Na, sie ist gerissen. Also, sie hat uns alle übers Ohr gehauen. Also... Ich nicht. Ja, ja. Aber du hast uns ja auch nicht vor Kate gewarnt. So, warte mal. Warte mal. Interessiert mich doch auch nicht, wenn du stirbst. Warte mal, wo müssen wir jetzt hier... Ich glaub, hier war's. Ist das egal, ob du lebst oder stirbst? Was? Ja. Wir sind doch ein Team. Da war grad ein Edgar. Da war ein Edgar. Edgar, wo? Da hinten, fünf Sterne. Jetzt wird sich auf jeden Fall... Oh, bitte, Kate. Komm schon. Hoffentlich ist sie jetzt gleich hier. Wir hatten das letzte Mal ja schon mal das Problem. Kate. Da ist er. Ah, perfekt. Sauber. Da ist noch ein kleiner Edgar. Hi. Der guckt ja aber ein bisschen böse. Bananenattacker. Oh, lol. Auf mein Chokobo. Hups. Oh, Mann. Mein Chokobo hat die Hälfte. Ja, ich hab ja... Ich hab schon ein paar Chokobos damit aus Versehen getötet. Ach, eben. Genauso ist es ja passiert. Ja. Wenn du da drauf sitzt, dann haust du meistens das arme kleine Chokobo. Und dann ist es down. Ist es down. Dann geht er down. Kate. Ah, da ist sie. Ja, sie ploppt dann immer so plötzlich... Plötzlich auf. Denn die dürfen wir auf gar keinen Fall, weil wir müssen sie ihrer gerechten Strafe irgendwie zuführen. Und vor allen Dingen so ein kleines Gefängnis tut uns echt mal ganz gut in Freedom. Ja, genau. Tut uns ganz gut. Du findest das toll, ne? Ja, wir können ja nicht jeden direkt hinrichten. Ja, doch. Ja, wir müssen hier ein Justizsystem aufbauen. Einfach reinschlagen, Alter. Nein, einfach reinschlagen. Nein, nein, nein. Im Amiland. Ja, okay. Im Amiland ist es natürlich immer noch eine andere Sache. Einfach hinrichten. Ja, machen wir doch. In Deutschland gibt es zum Beispiel keine Todesstrafe, aber wir sind hier in Freedom. Und ich richte mich nach meinen Zuschauern. Die Zuschauer hätten auch sagen können, nein, wir wollen das nicht, aber... Nein, heirate die wieder. Die ist doch nett. Hätte es als Option geben müssen. Oh, das wäre gemein gewesen für mich. Und ich kenne meine Zuschauer. Die hätten mich zwangsverheiratet mit Kate. Und dann hätte Kate mich wieder beklaut. So, da sind wir wieder in unserer, ouch, Muggeling-Stadt. Ich parke mal ganz kurz meinen Chuklauch. Oh, du hast es gelernt. Crazy. Ja. Ich komme nicht... Nein, ich kann mich nicht sneaken. Hilfe. Kate, komm mit. Zack. So, warte mal. Wir brauchen erstmal, bevor wir das überhaupt richtig bauen, braucht sie nochmal irgendwie selber so ein klitzekleines... Warte mal, wir könnten sie... Packen wir sie erstmal auf Klo, ne? Oh, ja. Aber dann müssen wir den Weg ganz kurz zubauen. Ich gucke mal hier. Oh, die Leute. Das müsste ich eigentlich auch mal eines Tages machen. Und zwar meine Kisten aufräumen. Ah, warte. Lass doch mal unser Kind setzen. Ah, okay. Ja, warte. Ich mache ganz kurz noch vorher das Klo zu. So, warte. Hier. Machen wir ein bisschen stärker. Hallo? Ah, weil hier noch die Leidern sind. Äh, warum machst du das zu? Ja, damit sie da nicht rauskommt. Zack, zack. Ähm. Kate steht auch vor dir. Ja, ja, warte, warte. Kate muss jetzt hier rein. Ich dachte schon, du hast vergessen, dass sie dir folgt. Ne, 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 ne. Kate muss jetzt erstmal hier rein. Ah. Kate, bleib hier. Jetzt müssen wir raus. Tür abbauen. Nice. Und Steine davor. Luft brauchst du auch nicht. Ne, ne. Sie kann... Ein, ein, so ein Ausguckloch. Obwohl, da ist... Sie ist gelenkig. Äh, eben. Okay. Okay. Also, ich meine, können wir hier noch irgendwie... Komm. Also, ein richtiges Mief-Gefängnis. Ach. Obwohl, da oben kann sie ein bisschen Luft holen. Klingt zwar ein bisschen, aber ist ja egal. Ja, das passt. Ja. Okay, okay. Alter. Guck mal, wie sie heißt. Blutdünchen. Blutdünchen. Und daneben? Na, komm mal her. Die German Let's Ploy. Du bist ja aber ein kleiner Fratz. Schwarze Haare. Okay. Alter, Let's Ploy. Einfach in Caps. Nice. Ich pack die mal, ne. Und schon mal ein neues Baby. Oh ja, ich muss mal auch ganz kurz meine Frau wieder befreien. Denn für die Leute, die das nicht mitbekommen haben, ich hatte sie kurzzeitig eingesperrt. Mit ihrem Sohn mit Paletten-LP. Oh, sie ist... Aber sie konnte ja wenigstens rausgucken. Aber ich hatte halt keine Lust, dass Professor Ente sie begrabbelt oder... Was ist mit meinem Sohn? Komm mit. Folge mir. Das ist ja skandalös. Hä? Wer ist denn Sean? Junge, hier ist irgend so ein Typ, Manu. Was? Hä? Der vergewaltigt unsere Frauen. Manu. Wer ist das? Alter, Xena. Ohne Witz. Xena ist gerade aus dem Nichts aufgetaucht. Und sie ist ledig. Siehst du sie nicht? Ja, doch. Ich sehe sie. Geil, Alter. Und sie ist sonderbar. Sonderbar. Ui, ui, ui. Oh. Sean hat sich gerade einfach so... So, ich muss jetzt erstmal hier... Nicht da Sean, hier noch irgend so ein... Der sieht ja exakt genauso aus wie mein anderer Sohn. Sie steht schon am Fenster, verzweifelt. Hilfe, Luft. Weil sie rausguckt. Luft. So. Bitte. Leute, ihr habt wieder eine Tür. Alles kein Problem. So, Manu. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen für ein Gefängnis eigentlich relativ viel Eisen, würde ich mal denken. Eisen und Stein etc. Aber wir haben eigentlich schon ein paar Ressourcen. Warte mal. Ich guck noch mal ganz kurz zu Kapitän Schmierhose. Hier ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Bruchstein drin. Hier sind auch 26 Eisengitter. Ich hab, äh... Ja, oh. Oh, ich hab auch Eisengitter gecraftet eben. Okay, perfekt. Hast du die rausgenommen oder was? Nee, ich hab die noch nicht rausgenommen. Ich geh mal ganz kurz zu Kapitän Schmierhose und guck, ob noch irgendwas in seinen Lagern ist. Der hat ja immer so ein paar Sachen mitgebracht aus den fernen Ländern. Hat er in letzter Zeit auch nicht mehr so gemacht. Da müssten wir ihn eigentlich mal wieder auf... Au. Große Fahrt schicken. So. Moin, moin, Kapitän Schmierhose. Paluden ist am Stissel. Was hast du noch in deinen Kisten? Verzaubertes Buch mit Effizienz und Haltbarkeit. Und sehr, sehr viel... Glas wäre hier noch. Ja, Schienen. Schwarzpulver, Redstone sind jetzt nicht unbedingt so Sachen, aber... Uh, du hast eine Ukulele oder so auf dem Rücken. Das ist schon ganz geil. So, schnell mal wieder hier. Hopp. Zurück. Den, der, 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 den, den, den. Oh, Mann. Ich sollte hier echt mal so einen Geheimgang oder Weg machen. Weil es ist super nervig, immer komplett außenrum zu gehen. Aber dann guck ich mal nochmal nach Paluten. Bist du endlich verheiratet, Palle? Och. Och. Aber, jemand meinte, ich sollte doch Folgendes tun. Und zwar... Ich werde mal Folgendes ausprobieren. Schauen, mach das, du wegkommst. So, nee, warte. Was? Nee, nee, ich werde Caitlin... Das ist doch die eine Wache. Die werde ich zu Pidizzle stellen. Zu meinem anderen Kuh. Genau. Und vielleicht... Vielleicht funktioniert das ja. Und diese Kuh, die ist schon seit Wochen und Monaten da in diesem Haus rumsteht. So, hallo, Edgar. Ja, vor allem ist die halb tot. Wer? Die arme Kuh. Nein, die ist nicht halb tot. So. Bleib hier. So, Caitlin. Doch, guck doch. Meinst du nicht die? Siehst du deren HP? Ja. Eins von zehn. Klack einmal drauf. Sie ist tot. Oh Gott. Wie können wir sie heilen? Kann man nicht, ne? Wir dürfen... Man, man, bitte nicht. Mit Weizen wahrscheinlich. Bitte? Warte. Getreide oder Weizen. Sekunde. Ich guck mal. Nee. Okay, das schon mal nicht. Oh Gott. Oh, ich muss auch unbedingt was essen. Die Frage ist natürlich jetzt, wo wir... Wo ist denn überhaupt... Hier vorne wäre noch Platz für das Gefängnis. Warte mal, das könnte man doch... Seit wann steht das eigentlich... Achso, das können wir ja auch nochmal verschieben. Lass mal ein bisschen weiter nach hinten drücken. Komm, weiter nach hinten. Oh ja. Oh, ich muss meinem Sohn noch einen Homepoint geben. Der hat gerade gesagt, oh, ich habe keinen Homepoint. Hier. Zu Hause festlegen. Okay. Er hat ja gesagt, dass er German Let's Ploy heißt. Ploy. Ploy? Und wie heißt du? Hat er gefragt. So, komm schon. Weiter hier komplett an die Ecke stellen. Dann sieht das hier auch mal... Okay, hier hin? Mann, wo könnte man das Gefängnis hinpacken, Manu? Weiß es nicht. Bitte nicht schlagen. Nein, das würde ich niemals tun. Leute! Ich finde das grausam, ne? Ich habe hier Probleme mit meiner Bude. Mit dem Platz. Du sagst, ja, hier ist doch kein Platz mehr. Und jetzt willst du hier noch irgendwo ein Gefängnis hinstellen. Mann, dieses... Wie viele Leute... Geh da raus. Wie viele Leute... Wie viele Leute... Lass mal die Kinder in Ruhe. ...die Hunden wohnen in diesem Haus. Es ist so krank. Alter, warte mal. Lass mal kurz sehen. Wie viele Kinder habe ich? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf... Elf, gerade mal zwölf. Leute! Nein! Oh Gott, du hast schon wieder ein neues? Na klar, Alter. Was ist los? Leute! Das war's mit der heutigen Folge von Minecraft Freedom. Wenn's euch gefallen hat, lasst ne kleine Bewertung da. Vergesst auf gar keinen Fall bei Manu vorbeizuschauen. Und vergesst vor allen Dingen nicht, ne sehr, sehr schöne Tötungsvariation unten in die Kommentare zu schreiben, was denn nun mit Kate passieren soll. In diesem Sinne, habt alle noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Ciao, ciao! Morgen um 14 Uhr geht's weiter. Tschüss!